Liebe DSC und Eislöwen-Fans, am Montag ist es endlich soweit. Pokalviertelfinale gegen Hamburg, 20 Uhr hier zuhause in Dresden. Seid dabei, wir hoffen auf eure Unterstützung und natürlich auf eine volle Halle. Für alle Eislöwen-Fans gibt es 10% Rabatt. Wir sind auch dabei. Schaut vorbei, es lohnt sich. Jön Okep-Ullmann-Gärm Vögel Jön Okep-Ullmann-Gärm Vögel Jön Okep-Ullmann-Gärm Untertitelung des ZDF für funk, 2017